Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Uncharted Drake's Fortune. Ich habe jetzt auch meine Stalousien runtergemacht und sehe hoffentlich jetzt auch etwas besser. Probieren wir es mal. Dein Ernst? Komm, zeig dich! So. Okay. Ach, ihr blöde Jane. Nein. Was? Wieso kommst du denn schon? Das ist uncool. Das ist etwas uncool jetzt. Treffen kann ich heute auch nicht, wie mir scheint. Okay. Zumindest nicht immer. Diese Sau. So. Alter! Ist er ernst? Der Sniper wäre jetzt cool, ne? Elena, hast du ihn? Oh, Elena! Von wegen, du hast ihn. Ich wollte dich gerade loben. Okay. Ich habe den Muni für mich. Das wäre jetzt echt cool. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, da war doch eben noch einer. Okay. Okay. Ich glaube, da oben ist so eine Art mechanische Leiter. Äh. Muss ich das machen? Weil eigentlich ist das ja... Hm. Na okay. Achso, kann ich gar nicht. Alles klar. Muss ich hier lang? Moment, was stand da? Außen? Außen! Achso, okay. Ähm. Fünf nachher. Von wo? Oh, Alter. Geht mir nicht auf den Senkel. Oh, hi. Okay. Oh, irgendetwas wird mich doch gleich noch so erschrecken hier von diesen... Hier sind doch noch irgendwelche anderen Viecher. Bitte sehr, Elena. Nichts zu danken. Immer wieder. Gerne. Alter! Was zum Henker? Vorsicht! Von wegen Vorsicht. Ich hab noch einen übersehen. Okay. Alter. Was machen wir denn jetzt schon wieder? Oh, der. Ach, der. Okay. Okay, gut. Fünf, sechs, sieben. Ich soll da runter. Okay. Was? Wer hat jetzt schon wieder auf mich geschossen? Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Ach, der. Du bist das. Nervt nicht. So. Eins nach da. Fünf, sechs, sieben nach hier. Versuchen wir's hier lang. Und warum gehst du's langsam? Das ist uncool, Nate. Passiert doch irgendwas. Hier ist nichts. Kommt mir bekannt vor. Nate? Er hat ihn nicht gefunden. Er ist hier gestorben. So viel zu großem. Sein Leben vertan. Für gar nichts. Nate. Können wir weitergehen? Ja. Liebend gerne. Es muss doch hier rausgehen. Kapitel 17. Das Herz des Schatzlagers. Es sieht so aus, als wäre dort oben ein Mechanismus. Hey, da ist eine Leiter. Wenn du mich hochhebst, komm ich vielleicht dran. Okay. Ähm. Hier ist ganz schön auf dem Moss. Auf wie viel komme ich, wenn ich die... Und dann kann ich die nicht aufheben, okay? Dann gib mir die mal wieder. Okay, wo, Elena? Alles klar. Sehr charmant, Nate. Sehr charmant. Sieht aus wie... Ein alter Flaschenzug. Da ist ein Seil. Ich versuche es zu dir runterzulassen. Ich sehe einen Tunnel. So kommen wir raus. Hallo, Jungs. Ruhig, Eddie. Ruhig. Was zum Teufel ist da draußen los? Hast du sie nicht gesehen? Oh, nein. Oh Gott, nein. Das war's. Verdammt, was ist das? Wir sind tot. Wir sind alle tot. Oh, nein! Oh, nein! Eddie, komm wieder her! Oh Mist. Was zum Hänker? Oh mein Gott. Kumpel! War ja klar. deswegen legt sie auch die heftige Muni. Von wo? Oh, hi. Natürlich klemmt es. Es klemmt immer. Nicht jetzt, Eddie. Oh, hi. Das war gefies. Wie lange soll das noch klemmen? Oh Gott. Ich hab's gesehen. Das war fies. Alter. Was seid ihr denn für hübschen? Äh, nein, nicht die AK. Genau das. Hi. Alter, Eddie. Was ist das, ihr hässlichen Kunio? Ihr habt's ja nicht anders gewollt. Eddie. Eddie, halt durch. Ich sag nur, Idiot. Ich sag nur, so ein Idiot. Idiot. Alter. Ich meine, was macht Eddie denn auch so ein Schmarrn? Das ist mal im Ernst. Elena. Es bewegt sich. Cool. Ähm. Ich brauche... Welches Seil? Ich hab's gesehen. Toll. Dann könnt ihr mir ja auch vielleicht mal sagen, wo dieses scheiß Seil spawnen? Okay. Okay. Ich hab's gesehen. Ich lag's gesehen. Ich hab's gesehen. Es bewegt sich. Cool Okay, 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 habs our Oh Sorry, ich habe irgendwie nicht so richtig gelesen Irgendwie Ah, jetzt Okay Nein, nein, ich sehe nichts Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht Bei dir alles klar? Ja Nate? Okay, hier kommen sie bestimmt nicht durch Nate Was? Wo sind wir? Ich weiß nicht Los Wow Das erklärt das U-Boot im Amazonas Nate, hierher, schau doch mal Die haben ihn gefunden Sie haben das Lager aufgebrochen und leergeräumt Ja, aber was hat das Kloster damit zu tun? Ich weiß nicht Es ergibt keinen Sinn Wenn die Statue jetzt dort sein soll Oh, dann müssen wir genau darüber gewesen sein Ich schätze, damit kommen wir hoch Die haben wohl die Stromrechnung nicht bezahlt Ach, Mist Ich wette, wenn wir es bis zum Generatorraum schaffen Könnten wir den Strom wieder einschalten Aber zuerst müssen wir hier rausfinden Warte, was machst du da? Was machst du da? Wir rausfinden Nicht schlecht Ja Okay, gehen wir Nein Du gehst alleine, Cowboy Was meinst du? Nate Den Sprung schaffe ich einfach nicht Ich lasse dich auf keinen Fall hier allein mit den Viechern Wir haben keine Wahl Schalte den Strom ein und komm mich dann holen Und dann verschwinden wir endlich, okay? Mach schon Ich bin gleich wieder da Ja Kapitel 18 Der Bunker Oh, Heilige Das Scheibenkleister Die erinnern mich so ein bisschen an Wendigos Irgendwie sind Im Moment überall Wendigos Okay, Leute Ich würde sagen, wir machen hier Schluss Ich hoffe, es hat euch gefallen Und bis dann Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich hoffe, es hat euch gefallen